Okay, interessant. Danke für die Axt, das ist sehr nett von dir. Wo kommt denn die Knastis eigentlich raus hier? Da, wo du wartest. Du hast gerade rausgekommen. Oh, schön! Nice! Schlimmert man das denn vorm Knast erstmal fett rumballern, ey. Anno, du hast es echt. Du hast es gerockt, Anno. Ich wusste genau, wie das Spiel funktioniert. Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Dann legts mal los. Herzlich kommen zurück zu The Ship. Die nächsten 15 Minuten. Hallöchen. Moin. Anno und Weibo, genau. Ich wurde gerade im Knast etwas argwöhnisch angeschaut und dachte, oh, ein Weibchen. Oh, es ist ja schon wieder der Reginald Watherby, den ich als Opfer habe. Der hängt schon wieder im Knast. Was macht denn der dauernd? Er ist keiner im Knast. Doch, Reginald Watherby ist im Knast. Sein du bist Reginald Watherby und... Das ist ein Schwarzer. Scheiße! Wieso geht der schon wieder in den Knast, der blöde Danny? Ich hasse ihn. Vor allem der eine wollte auf dich einschlagen. Ja, ja, der wusste, dass ich ihn jage. Der hat da gewartet auf mich. Ach. Hallo, Erlin. Wo kommen denn die Knastis eigentlich raus hier? Da, wo du wartest. Okay. Aber das geht sich leider nicht mehr aus. Reggie, komm da raus! Du bist gerade rausgekommen. Oh, schön! Nice, Thorne! Vielleicht macht man das denn vorm Knast erstmal fett rumballern, ey. Da versteckt man sich ein bisschen, Arno. Naja. Er steht da vorn, man kann sich nicht vor die Polizeistation stellen, ey. Oh, oh! Wo ist die Knastscherbe hier im Knast? Wo ist die Knastscherbe hier im Knast? Ist unterschiedlich versteckt. Na, jetzt ist sie sowieso wieder rausgekommen. Das, das ist doch... Was, bist du draußen, oder was? Ne, ich bin draußen, mein Opfer... Ne, ich bin drinnen, mein Opfer ist draußen. Das klingt doch nicht ganz falsch. Tja, irgendwie schon. Ein Opfer ist nicht zufällig Lillian McQuaid, oder? Ne. Natürlich, da ist das so! Schein verarscht! Du bist Lillian McQuaid! Ja. Ach, guck mal nirgends... Ach, fick dich doch, du blöder Bakers! Fuck! Mein Opfer ist auch schon wieder im Knast gegangen, ey. Scheiße, ich hätte Arno töten müssen, und ich hab gewartet vorm Knast. Dann rotzt mich der andere weg. Scheiße. Was? Immer derselbe Fehler auf mich warten vorm Knast. Sowieso schneller wäre er da drinnen, als was dir lieb ist. Ja. Ja. Ah, lass mich doch in Ruhe! Ach ne, ich muss immer noch fahren. Bis ich das mal krapier, jejejeje. Und auf welcher Seite der Knarre musste entstehen? Oh man. Ihr Helden. Kann ich schon um meinen Mörder loswerden. Jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, dass gleich mein Opfer eventuell wieder aus dem Knast rauskommt. Katastrophe! Wie, der heißt wirklich Katastrophe? Habe falsch geschrieben. Wie kann das drauf sein? Wahrscheinlich wieder Rechtschreibreform. Sicherheitsbüro Deck C. Wo ist hier das? Gott verdammte Sicherheitsbüro. Das ist hier vorne, oder? Ich, der steht die ganze Zeit hier drin und wartet. Auf die nächste Runde warten. Ich wollte grad sagen, Anno du brauchst dich nicht mehr töten. Doch. Bis einer Sekunde vorher. Verdammt ey. War ich dann trotzdem noch so ein Opfer, obwohl ich dich schon mal... Och, Anno. Einfach aus Prinzip jetzt. Wir lieben unser ganzes Inventar, das ist doch Schrott. Das macht Anno gerne. Aber trotzdem ist das Schrott. Scheiße, wieso geht der im Knast? Bleib hier du Penner. Katastrophe. Ich krieg die Katastrophe, Arter. Ähm. Das ist nicht grad sehr effizient dann... Ja, haut's euch weg. Tötet euch. Ja, ich bin ein Knastiger. Ah, Kenny, du warst das. Och, mein Gott, Willi. Ich wollte doch hier Klo. Willi war übrigens mein Opfer, aber irgendwie hab ich's nicht gebacken gekriegt, die fertig zu machen. Ich kann nicht nur ne Schnelltaste verwenden. Was ist ne Schnelltaste? Was, Knarre? Was, Knarre? Nein, ich hab die Knarre weggeschmissen! Ich voll, Horst! Das war's schonmal nicht, die Schnelltaste. Ja! Komm her! Ach! Mann! Kann ich jetzt bitte endlich mal meine Typen töten? Ah! Was? Kieße! Fuck it! Ah! Ich krieg die Krise, ey! Wird vor auch Knast schon mal richtig hart umgeballert hier, ey! So, Anno. Hast du ne Knifte, um mich zu killen im Knast? Du bist jetzt wieder draußen. Ich bin drinnen im Knast. Die bist du, ne? Ey! Ey! Was soll'n das? Ich ist dein Opfer, oder wat? Nein, aber du wolltest mich töten! Nee! Nee! Zumindest zählt die Ausrede bis jetzt. Jetzt kann ich mich erst mal von dir weglaufen! Ja, ja, Anno. Da fand ich mal ein Jäger getötet. Super. Das läuft echt hier an offenen Bann. Lügen ist nicht so deins. Das kann der Kenny besser. Mein Mörder hatte mich fast geholt. Der Hund. Und nicht mit mir, ey! Nicht mit mir, liebe Leute! Nicht mit mir! Wir holen das noch nicht dahinter? Komm, komm! Bist das du? Nein! Nein! Scheiß, Baskus! Denber! Wieso werde ich denn schon wieder festgenommen? Jetzt läuft's aber grad überhaupt nicht mehr! Weil Botti hat gewonnen! Boah! Im Knast! Na, ich dritter! Alter, 15.000, weil wo? Okay! Ich dritter! Ich dritter! Trotz dreimal im Knast! Ich dritter! Anno, du hast es echt! Anno, Minus 4.316! Du hast es gerockt, Anno! Ich wusste genau, wie das Spiel funktioniert! Romana Unk! Was ist denn das für ein Name? Ja, das ist typisch Josephine! Denver! Ich glaub's nicht, mein Opfer ist schon wieder im Knast! Das ist der Denver wahrscheinlich, oder? Ne, ja, oh, jetzt ist's! Hä? Was? Wie? Ha? Moment, wo denn? So schnell kommt man doch da nicht raus! Hm! Du kommst da nicht raus! Worm nicht zu schnell! Hm! Warum heißt die, die Tussi Hobert? Ach, f*** dich doch, Barney! Entschuldigung! Hm! Er flippt einfach mal ohne Wurt völlig aus! Ich bin doch hier auf dem C, Dick! Wo in drei Teufelsnamen soll denn diese Dame sein, hä? Ich hör schon wieder ein Geblase hinter mir! Klingt falsch! Was? Ich hör schon wieder wie diese Trillerpfeife! Dass irgendjemand festgenommen wurde hinter mir! Naja! Du blödes Arschloch! Komm da raus! Trau dich! Trau dich! Ich hab keine Kniffte! So nicht! Schlaf aus! Schlaf! Schlaf! Barney! Barney! Lass mich dich töten! Ah, nun, Kenny! Also meine Anzeige hat was ganz anderes uns angezeigt! Ja! Ja! Ich hab' nicht so blaue Fall wo, Alter! Ohne Witz, ey! Das geht gar nicht klar! Heftig! Gut, ich hab' mein Opfer und meinen Täter gezogen, glaub ich! Die Klappe, Arno! Heißt du Ramona um? Ja! Und wurde grad bei mir ein anderer Name angezeigt! Mir wurde der Name von dir angezeigt, den du vorher hattest! Diesen... Gieß der noch? Keine Ahnung, steht ja nicht mal in der Liste! Was, von der letzten Runde? Ja! Bin nämlich dieser noch gar nicht gestorben! Schwuchtel-Joe? Was? Du mich gerade umgenietet hast! Ich hab' nur einmal auf dich draufgehauen und dann dachte ich, der Name passt doch gar nicht! Und wollte eigentlich wieder weg und dann hast du mich schon umgelegt! Oh je! Dann ping ich wahrscheinlich wieder für die Tonne! Ah! Das Imperium schlägt zurück! War das jetzt aus Rache einfach nur, oder? Nein, ich hab' die wirklich gesucht! War, Alter! Wir drei uns gegenseitig jetzt hier dreimal hintereinander! Das ist aber heftig! Ah! Schön! Aus der ersten Entfernung mit der Knifte! Geh weg da, Betty! Schleich dich, Betty! Ramona Ung ist bei mir ein Typ! Ne, bei mir eine Lady! Ich bin jetzt auch nicht mehr Ramona Ung! Ramona wurde umgebracht! Verdammts! Ach komm, so schlecht war er nicht! Wird aber trotzdem ignoriert! Gekonnt! Gekonnt! So eine neue Runde könnte ruhig losgehen! Find ich auch! Nein! Kenny sucht mich noch! Na ja, ich suche wohl leutzlos! Eben, sag ich ja! Willst du das, oder? Ja! Ja! Das ist ja gerade so umgetrieben! Ich war im selben Ort, aber ich sag' ja nix! Was ist hier denn, wenn man das Ding gedrückt? Oh! Das ist ja mies! Fuck! Wolltest du mich töten, oder was? Drecksacke! Wie heißt du? Geh dich nen Scheiß an! Bin ich hier, bin schon mal richtig! Hey! Oh! Moment! Wer hat doch mein Opfer einfach niedergestreckt! Hey! Hey! Oh! Jäger und Opfer! Das werde ich jetzt mal lesen! Jäger und Opfer! Auf welcher Seite stehen sie? Es ist ganz... Buch zu Ende! Spannend! Extrem! Ehm! Jetzt wieder doch Corridor C! Ich hasse Corridor C! Das ist immer so gefühlt überall! Herr Corridor des Todes! Jaaa! Jaaa! Aber ich glaube man irgendwo das Gemetzel! Opfer down! Also Haley, wo bist du? Hm? Haley! Son of a bitch! Ohhhh! Das geilt dir wahrscheinlich! Ja! Hm! Ich glaube da wehen mich über Kinder drinnen! Da draußen! Sir, wie sehen sie das? Bin ich hier sicher? Ah, gehen sie weg da! Was darf man denn alles nicht? The Ship Laws! How to be a good person? Not killing, not stealing, no arson? Was ist arson? Arsene vielleicht? Arsene ist auch Gift, oder? Hm, ne mit O! Arson! No Destruction, no Ship Property, no fighting, no transpassing, no public... Nudity? Uh, verdammt! No littering! Ah, ich bin auf dem falschen Schiff! If in doubt, don't do it! Interessant! Danke für die Axt, das ist sehr nett von dir! So ein Noob! Nein, nicht schon wieder! Hä? Ist leider auch Irving? Ne, der wollte mich töten! Ach man, hättest du mich mal ran gelassen! Das war auch nicht mein Opfer! Wir wollten ihn beide killen! Kenny mit nem Baseball Schläger! Ja! Das war grad nämlich ziemlich cool, weil der die ganze Zeit gewartet hat, dass ich um die Ecke kommt, der Typ. Und... Hat dann die, ähm... Mit seiner Waffe, die hatte, nach mir geschossen. So nach mir geworfen. Ich hab die Waffe aufgesammelt und wollte ihn damit killen. Aber leider nicht mehr rechtzeitig. Aber war auf jeden Fall originell. Was auch immer, die Folge ist schon wieder vorbei, lieber Walvo. Liebe Ahnung. Wo? Was? Das klingt doch gar nicht. Ich steh jetzt genau da, wo es sein soll. Kabine, dritte Klasse, 6, Deck C. Ey! 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 Oh! Ey! Wieso hab ich den getötet? Ne, aber jetzt hab ich meinen Jäger getötet. Liebe Leute, bis zur nächsten Folge. Bis dann, liebe Leute. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020